Kein Weihnachtsfest bei Susan Sideropoulos? Die Schauspielerin und ihre Familie gehören dem jüdischen Glauben an. Und da läuft Weihnachten etwas anders ab. Wir sind jüdisch traditionell. Das heißt, wir feiern die jüdischen Feiertage. Darunter ist bei uns dann Chanukka zur Weihnachtszeit. Das ist das Fest der Lichter. Viele kennen diesen achtarmigen Kerzenleuchter. Man zündet jeden Tag eine Kerze an. Kinder bekommen auch Geschenke. Ist jetzt nicht dieses überdolle Programm. So ganz kann Susan sich den Xmas-Verlockungen aber nicht entziehen. Trotzdem leben wir hier in Deutschland. Ich bin multikulturell aufgewachsen. Wir haben trotzdem einen Weihnachtsbaum. Ich liebe das ganze Weihnachtliche. Meine Kinder sollen das auch nicht missen. Wir nehmen alles mit, so wie was schön ist. Und diese Sideropoulos-Tradition ist einfach doppelt schön.